Die Leitung der Aktienmärkte ist ja gelegentlich etwas lang, deswegen dauert es dann auch ein bisschen länger, bis an den Aktienmärkten bestimmte Dinge ankommen. Aber jetzt ist sie da, nämlich die Angst vor der Stagflation. Es hat gedauert, man hat Überzeugungsarbeit leisten müssen gewissermaßen, bis die Aktienmärkte sich dann gesagt haben, oh, möglicherweise haben wir der Problem, denn der Glaube an die Allmacht der Notenbanken, der schwindet. Denn was nützt uns das Gelddrucken der Notenbanken, wenn letztendlich dieses Gelddrucken nur die Inflation verschärft und eben nicht die Probleme heilt, sondern noch schlimmer macht? Dann müssen die Notenbanken eben die Geldpolitik straffen und das mögen Aktienmärkte nicht sehr. Gestern dann der, wie ich finde, doch relativ klare, ich will nicht sagen beweis, aber klare Hinweis, dass hier diese Beide-Tipp-Mentalität jetzt an ihre Grenzen kommt. Wir sehen gestern, was da passiert ist. Zunächst wollte diese Sorglose nach oben laufen, aber dann ging es wieder nach unten und wir sind praktisch auf dem Tagestief geschlossen. Wir sehen die defensiven Sextoren, Real Estate vorne, Consumer Staples, Energy gut gelaufen. Unten dann die Financials, Industrials, die gestern weniger gut performt haben, aber es war eh dünner Handel, weil eben da Columbus Day war. Ja, da waren die Anleihenmärkte geschlossen. Ja, by the tip, das ist das Motto nach wie vor bei fast 90% der Befragten in dieser Umfrage. Die sagen, ja, wenn 10% es nach unten geht, dann würde ich kaufen. Wenn wir uns mal jetzt die Sorgen anschauen in den Umfragen. Ja, was fürchten die Player am Markt eigentlich am meisten? Dann ist es jetzt eben Inflation und steigende Anleiherenditen. Das Wort Stagflation kommt da noch gar nicht so vor. Interessant ist, dass Corona jetzt aus den drei Hauptsorgen rausgefallen ist. Also das scheint für die Märkte gar nicht mehr richtig das Thema zu sein. Und jetzt schauen wir uns mal die charttechnische Lage beim S&P 500 an. Nach wie vor sehr kritisch. Nach wie vor ist nicht alles verloren, aber wir sind eben nach wie vor nicht in diesen Trendkanal reingekommen. Wir haben nach wie vor nicht die 50- und die 100-Tageslinie wirklich gute verteidigen können. Denn heute geht es zumindest jetzt erst einmal vorbörslich auf Future Basis etwas nach unten. Warum, wollen wir uns gleich anschauen. Also dieser Chart ist nicht verloren, aber er ist angeschlagen. Und hier deutet sich beim Wix an, hier die Charts von Michael Silva, by the way, eine positive Divergenz beim RSI. Möglicherweise werden wir dann auch ein paar Gaps nach oben füllen. Also vielleicht muss es schlimmer werden, bevor es besser wird. We will see. Jedenfalls ist dieser Terminus Stagflation jetzt in allem Munde. Auch bei Bloomberg absoluter neuer Rekord beim Gebrauch des Wortes Stagflation. Sowohl in Artikeln als auch im Bereich Fernsehen bei Bloomberg TV. Und wir sehen unten in dieser Grafik auch Earnings Warning. Also Gewinnwarnungen auch bei Bloomberg. Hier sehen wir, das geht auch relativ weit nach oben. Ganz klar, die Kosten für die Unternehmen steigen, das geht entweder auf die Marge oder die Unternehmen müssen die gestiegenen Kosten an die Verbraucher weitergeben. Das würde die Inflation weiter anheizen, das wiederum würde die Notenbanken zwingen zu agieren. Es ist dieser Teufelskreis, der derzeit eben schwierig ist. Aber gucken wir uns jetzt mal an, wie die Lage ist. Jetzt beginnt ja in dieser Woche mit den Banken die Berichtssaison. Und den Banken erscheint es ja gut zu gehen, wenn man auf deren Kurse guckt. Jetzt sehen wir hier, Earnings Growth wird erwartet bei 27,6% derzeit für das dritte Quartal. Aber wenn die Vergangenheit recht hat, so Factset, dann dürften die Gewinnsteigerungen durchschnittlich bei 35% reinkommen. Schauen wir mal, wie es sein wird. Jedenfalls haben wir heute dann einige Fatspeaker, die sich dazu äußern werden. Inflation, transitory, transitory, dieses Mantra, das wird ja so ein bisschen lächerlich. Bridgewater, jedenfalls der größte Hedgefonds der Welt, sagt, Stagflation is the real risk. Und viele Portfolios sind massively exposed eben zu diesem Risiko der Stagflation. Hier unter diesem Text sehen wir etwa mal die Löhne im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahre. Es geht also mit den Löhnen deutlich nach oben. Das ist jetzt sozusagen dann der nächste Punkt. Lohnpreisspirale. Und selbst die Japaner, das Land der Deflation schlechthin, haben jetzt bei den Wholesale-Zahlen ein 13-Jahres-Hoch erreicht. Also auch in Japan ist plötzlich Inflation ein Thema. Wer hätte das jemals gedacht? Gut, dass wir da eine Geldpolitik haben, die weiter extrem ist. Und jetzt eben, wie hier dieses Analysehaus sagt, jetzt haben die Märkte sozusagen Angst vor dieser Stagflation. Wir haben in dieser Woche die Verbraucherpreise. Das wird sehr wichtig. Und wir werden auch die Einzelhandelsumsätze aus den USA bekommen. Das wird also jetzt wirklich auch konjunkturell eine wichtige Integration. Wie sieht es aus? Kann die Fed retten? Wie Jerome Powell, der hier die Gleise zusammenfügt. Bisher ist es ja so, dass die Fed pro Sekunde 72.206 Dollar druckt, respektive ihre Balance wächst. Pro Minute 4.332.000 pro Stunde 259 Millionen pro Tag. 6,2 Milliarden und pro Woche 43 Milliarden. Ja gut, das kannst du einmal machen, weil Inflation ist ja was anderes. Natürlich, Geldmenge hat nicht sofort direkten Einfluss auf die Inflation. Aber wenn dann eben eine Situation der Fall ist, wo zu wenig Angebot, zu viel Nachfrage und zu viel Geld im Spiel ist, dann ist eben dieser inflationäre Kreislauf doch durchaus in Gang gekommen. Aber liebe Bullen, es gibt Hoffnung, jetzt mal die bullische Seite der Geschichte. Wir sehen, dass Marktteilnehmer sich massiv abgesichert haben. Inzwischen inverse ETFs, also die praktisch dann steigen, wenn die Kurse fallen. Da sehen wir einen neuen Rekord. Da sind extreme Absicherungen jetzt erfolgt. Da müssen sich die Long-Only-Player, die sozusagen nicht short gehen können, dann eben mit solchen ETFs praktisch absichern, müssen ihre Portfolios absichern. Und JP Morgan sagt ja, Mensch, selbst ein Ölpreis bei 130 oder 150 würde ja auch nicht schlimm sein. Nein, dies können wir alle sehr verkraften, deswegen sind wir Long. Wir sind Long-Equities und Commodities. Commodities, da sehe ich einen Punkt, also Rohstoffe. Equities müsste man halt gucken, welche oder welche Sektoren da gefragt sind. Jetzt in Sachen Inflation nochmal Kraft Heinz. Sie kennen dort Ketchup und so weiter. Die erhöhen jetzt die Preise, sagen sie. Die Verbraucher werden sich daran gewöhnen, dass die Preise steigen. Und wir haben jetzt eine Verschärfung auch der globalen Lieferketten. Dadurch, dass wir hier einen neuen Zyklen haben, der im asiatischen Bereich jetzt sich auswirken wird. Das wird bedeuten, dass die Lieferzeiten sich weiter verlängern, weil eben die Häfen dann nicht so arbeiten können. Dennoch, wir sehen jetzt, dass seit langer Zeit erstmals die Containerfrachtraten wieder etwas sinken. Das allerdings aus dem nicht allerbesten Grund, dass eben China aufgrund dieser Elektrizitätsausfälle weniger produziert, dadurch weniger exportiert wird, dadurch die Container nicht gebraucht werden, dadurch die Containerpreise fallen. Also die Preise fallen aus den falschen Gründen, könnte man sagen. Aber wenigstens da kommt ein bisschen Entlastung her. Aber schauen wir uns jetzt mal die Versorgungskrise an, die hier praktisch uns bevorsteht. UK Steel sagt, imminente Krise aufgrund von extremen Elektrizitätspreisen. Diesen Artikel in der Welt drohender Alu-Produktionsstopp gefährdet die deutsche Industrie. Ganz großes Thema. Und wir sehen, dass die Kohlepreise in China neue Allzeithochse reichen, weil eben in den Provinzen, in denen Kohlekraftwerke stehen, eine Flute der Fall ist. Gestern hatte ich ja den Artikel hier gepusht. Oder empfohlen, Energiekrise, Ursachen und Folgen gehen im Winter Licht und Heizung aus. Falls Sie den noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich das nochmal bei Finanzmarktwelt an. Jetzt haben wir in Sachen Energiekrise. Macron, der sagt, also wir wollen jetzt neue, schnelle Mini-Reaktoren bauen, um die Energiekrise zu lösen. Das ist in der Bevölkerung Frankreichs eher gut aufgenommen worden. Atomkraft hat natürlich ihre Probleme, gar keine Frage, durch die Endlagerung, was tut man damit. Aber jetzt ist eben die Frage, was sonst. Und Katar hat jetzt etwa gesagt, LNG, also Flüssiggas, we are maxed out. Wir haben nichts mehr. Wir können nichts mehr über die versprochenen Verträge liefern. Und China hat jetzt eben das Problem, dass eben diese Kohlepreise so massiv steigen, dass auch da durchaus ungemacht. Der Fall ist, morgen oder heute Nacht kommen ja die Verbraucherpreise und vor allem die Erzeugerpreise aus China. Die Erzeugerpreise dürften über die 10%-Marke gestiegen sein. Apropos China, wir sehen Evergrande hat jetzt die dritte Zahlung wohl verpasst. Die war Dienstag gefällig, 148 Millionen Coupon, 62 Billionen Dollar der chinesische Immobilienmarkt. Also ein Klacks, wenn der kippt, dann ist das in etwa so, als würde in China ein Sack Reis umfallen. Gut, ein vielleicht etwas größerer Sack, ja, aber es ist nur ein Sack Reis. Und auch völlig unbedeutend ist, dass jetzt Xi Jinping offenkundig die nächste Kampagne fährt. Es geht jetzt um Banken und es geht vor allem um die Verbindung der Banken zu Privatfirmen. Wie schaut es denn da aus? Gibt es Verflechtungen, die, wo jetzt nicht so schön sind, nicht wahr? Wo man also mal genauer hinschauen muss. Also hier die nächste Baustelle, die aufgemacht wird von Xi Jinping. Das hat Folgen schon wieder für Alibaba, die fallen. Hier sehen wir also, dass eben jetzt die nächste Katastrophe sich hier abzeichnet in Sachen chinesischer Übergriffe. Hier soll vor allem jetzt eben die Banken sollen total unter staatliche Kontrolle gebracht werden. Noch mehr als es ohnehin schon der Fall ist. Also das ist natürlich der nächste Belastungsfaktor. Und jetzt hier starke Truppenübungen der Chinesen direkt in Sachen Taiwan gerichtet. Also hier lässt man nicht locker, kürzlich hat die Rede jetzt am Wochenende von Xi Jinping. Und hier der General Michael Studman hat kürzlich gesagt, der Kommandant des indopazifischen Streitkräfte, der Amerikaner in Hawaii gesagt, das ist nicht die Frage, wann die Chinesen Taiwan attackieren werden, sondern, oder nicht die Frage, ob sie das tun werden, sondern nur die Frage, wann also die Amerikaner werden damit rechnen. Kommen wir nochmal abschließend hier zur Türkei etwa. Da sehen wir, dass jetzt die türkische Lira weiter auf neues Allzeit tief fällt. Der Rubel übrigens die beste Währung in Relation zum Dollar in diesem Jahr. Die türkische Lira die schwächste. Der Rubel, Ölpreise etc. Da könnte vielleicht das eine oder andere Interessante noch da sein, denn der Markt ist nicht wirklich sehr teuer. Wir sehen aber die türkische Lira unter Druck. Und jetzt sagt Erdogan, ja guckst du, da machen wir halt eine neue Militäroperation in Syrien, gell. Hast du ein wirtschaftliches Problem, dann führst du ein bisschen Krieg, dann wird das wirtschaftliche Problem ganz sicher besser. Und jetzt schauen wir uns mal an, auf was es jetzt ankommt. DAX, die Erholung stagniert. Worauf es jetzt ankommt, mein Kollege der Stefan Jäger hat das in einem frischen Artikel mal formuliert. Den finden Sie unter dem Video, worauf es jetzt ankommt. Ich habe versucht eine kleine Skizze zu entwerfen, wo wir derzeit stehen, was jetzt passieren muss, damit die Märkte sich beruhigen, wieder nach oben drehen. Das können Sie unter anderem in diesem Artikel lesen. Jetzt wünsche ich erstmal das allerbeste und sage Servus und Ciao.